Reisen mit dem Flugzeug Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich zum Flughafen? Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich in die Abflughalle? Gehen Sie geradeaus. Gehen Sie nach links. Gehen Sie nach rechts. Informationen über den Flug Um wie viel Uhr fliegt das Flugzeug nach Prag? Um wie viel Uhr fliegen die Flugzeuge am Sonntag nach Prag? An welchen Tagen fliegt das Flugzeug nach Prag? Ist das ein Direktflug? Wie lange dauert der Flug nach Frankfurt? Etwa eine halbe Stunde. Wann kommt das Flugzeug in Prag an? Um 10 Uhr Ortszeit. Flugscheinreservierung Ich möchte zwei Plätze für heute nach Prag reservieren. für nächsten Montag, für Freitag, für morgen, für übermorgen, für nächste Woche. Ich möchte gleichzeitig das Rückflugticket buchen. Ich möchte ein Flugticket nach Prag für den Samstag buchen. Könnten Sie mir zwei Plätze für Samstag, den 23. Juni für die Maschine nach Prag reservieren? Wie viel kostet ein Ticket in der Touristenklasse? Bitte ein Ticket für die Touristenklasse nach Wien. Morgen komme ich, um die Tickets zu bezahlen und abzuholen. Können Sie mir den Flug nach Prag bestätigen? Es tut mir leid, aber der Flug ist besetzt. Fragen Sie morgen nach, ob etwas frei geworden ist. Die Flugscheine sind schon für die nächsten drei Tage ausgebucht. Es ist besser, sich den Flugschein vorher zu besorgen. Gibt es keine andere Möglichkeit? Kann ich diesen Flug stornieren? Kann ich diesen Flug aufschieben? Wie ist Ihre Adresse? Und Ihre Telefonnummer? Um wie viel Uhr muss ich am Flughafen sein? Eine Stunde vor dem Abflug. Abfertigung. Haben Sie Gepäck? Ich habe diesen Koffer. Diese Koffer müssen auf die Waage. Wie viel wiegt es? Sie haben fünf Kilo Übergewicht. Haben Sie ein Handgepäck? Ich möchte es als Handgepäck mitnehmen. Wie viel Gepäck kann ich mitnehmen? Nach der Landung. Wie lange müssen wir auf den Anschluss nach Prag warten? Wann fliegt das nächste Flugzeug? Der nächste Flug ist morgen. Muss ich den Pass vorlegen? Ich komme aus Toronto und fliege nach Prag. Die Informationsaufschriften. Ankunft. Abflug. Eingang. Ausgang. Auskunft. Ankunftshalle. Abflughalle. Abflughalle. Transit. Waage. Gepäckausgabe. Zollamt. Wechselstube. Flugplanaushang. Abfertigung. Reservierungsbüro. Flughafenschalter. Information. Auskunft. Flug. Storniert. Abgesagt. Wegen schlechten Wetters. Ziel. Einsteigen. Abschluss. Linie. Flug. Spezialdienste. Sitzplatznummer. Reisen mit dem Schiff. Wo kann man Schiffskarten kaufen? An Bord. Auf der Schiffsbrücke. Um wie viel Uhr muss ich an Bord sein? Wie lange gilt die Schiffskarte? An welchem Tag fährt der Schiff nach? Ab. Die Fähren verkehren zweimal täglich. Die Fähren verkehren jeden Morgen. Die Fähren verkehren jeden Montag. Die Fähren verkehren alle vier Stunden. Das nächste Schiff fährt morgen früh ab. Das nächste Schiff fährt um 6 Uhr abends ab. Wegen schlechten Wetters wird die nächste Fahrt eingestellt. Von welcher Mole fährt das Schiff zur Insel ab? Das Schiff nach liegt an der Mole Nummer 3. Hält das Schiff aus an der Insel? Hält der Dampfer an jedem Landungsplatz? Kann ich dort aussteigen? Was kostet die Fahrt nach? Wie lange dauert die Fahrt? Um wie viel Uhr sind wir an Ort und Stelle? Das Schiff läuft in den Hafen ein. Das Schiff liegt am Kai, an der Landungsbrücke. Das Schiff läuft aus dem Hafen aus. Ist die Landungsbrücke weit von hier? Auf dem Schiff. Bitte, wo ist der Speisesaal? Bitte, wo ist der Gesellschaftsraum? Bitte, wo ist der Schiffsarzt? Bitte, wo ist die Kajüte Nummer 12? Ich kann nichts essen. Möchten Sie etwas trinken? Ich bin seekrank. Mir dreht sich der Magen um. Ich werde mich übergeben. Wo finde ich den Schiffsarzt? Haben Sie ein Mittel gegen Seekrankheit? Beugen Sie sich nicht über die Reling. Reisen mit dem Stadtverkehr. Wo ist die nächste Bushaltestelle? Wo ist die nächste Straßenbahnhaltestelle? Wo ist die nächste U-Bahn-Station? Wo hält der Bus nach Prag? Die Haltestelle ist um die Ecke. Kommt dieser Bus vom Bahnhof? Kommt dieser Trolleybus vom Theater? Welche Linie fährt ins Zentrum? Hält hier der Bus Nummer 3? Hält hier der Trolleybus Nummer 3? Hält hier die Straßenbahn Nummer 3? Um wie viel Uhr fährt er ab? Sie müssen in die entgegengesetzte Richtung fahren. Wann fährt der nächste Bus nach Wien? Könnten Sie mir die Abfahrtszeiten sagen? Einen Augenblick. Ich schaue im Kursbuch nach. Entschuldigen Sie bitte. Fährt die 1 zum Museum? Wie viele Stationen sind es bitte zum Bahnhof? Sie steigen an der dritten Haltestelle aus. Komme ich mit dieser Straßenbahn in die Narodny-Straße? Ja, aber auf dem Platz, das ist die vierte Haltestelle, müssen Sie in die U-Bahn umsteigen. Der letzte Metrowagen fährt um 1. Wo kann ich eine Busfahrkarte kaufen? Wo kann ich eine Straßenbahnfahrkarte kaufen? Wo kann ich eine Trolleybus-Fahrkarte kaufen? Beim Fahrer. Am Automaten. Würden Sie mir einen Fahrschein verkaufen? Was kostet ein Fahrschein? Unser Bus ist schon da. Einsteigen. Was soll ich mit dem Fahrschein machen? Sie müssen ihn entwerten. Fahrkarten bitte. Steigen Sie hier aus und steigen Sie in die Nummer 14 um. Sie fahren bis zur Endstation und dann mit dem Bus Nummer 3. Gestatten Sie? Darf ich durchgehen? Steigen Sie aus? Ich möchte ein Fahrrad mieten. Ich möchte ein Mountainbike mieten. Ich möchte ein Fahrrad mit Gangschaltung. Können Sie mir die Sattelhöhe einstellen? Ich muss mir einen Fahrradhelm kaufen. Mein Fahrrad hat keinen Fahrradkorb. Ausflüge mit dem Rad mache ich mit der ganzen Familie. Meinen Sohn fahre ich in einem Kindersitz. Das ist, weil es allerdings ist. Meiner Juver ist. Das kann sich nicht mit der Wallen. Ichücke mir die Rüstung.